Hafazah. Hafazah ist die Bezeichnung einer Gruppe von Engel im Islam. Hafazah sind Schutzengel. Hafazah sind Helferengel. Hafazah haben die Aufgabe, Menschen gegen böse Geister, also gegen die Jin, zu schützen. Hafazah gibt es für jeden Menschen vier. Also, es gibt Hafazah vor dem Menschen und hinter jedem Menschen. Hafazah gibt es zwei am Tage und zwei während der Nacht und deshalb insgesamt vier. Bei der Abenddämmerung und dem Morgengrauen wechselt jeweils die Wache der Hafazah. Und daher heißt es, dass gerade bei der Abenddämmerung und Morgengrauen die Jin eine Möglichkeit haben, Menschen zu beeinflussen. Vielen Dank.